Guten Tag zusammen. Es freut mich sehr, Ihnen in den nächsten 20 Minuten etwas zu berichten über Lauttesting in der Cloud. Wir haben Anfang des Jahres im Rahmen der 175 Jahre Jubiläumsaktivität einen Webservice in der Cloud publiziert, der es ermöglicht, sogenannte Zeitreisen, also sprich eine Reise durch die Zeit, beginnend Ende des 19. Jahrhunderts bis heute vorzunehmen und das sozusagen als erste Aktivität dieses Jubiläums publiziert mit einer grossen Medienkampagne. Und es ist klar, dass das natürlich eine seriöse Vorbereitung bedurfte und ich möchte hier kurz zeigen, was wir im Vorfeld unternommen haben, um eben erfolgreich mit dieser Weltneuheit live gehen zu können. Meine Agenda. Ich werde ganz kurz eine Slide zeigen über das Amt, über die Landestopografie für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht kennen. Dann schnell durchklicken durch eine Zeitreise, so wie sie daherkommt, wenn Sie die als Nutzer ausprobieren und dann im Hauptteil zeigen, wie wir diese Anwendung im Vorfeld getestet haben und mit einem Fazit enden. Das Bundesamt für Landestopografie feiert dieses Jahr das 175-jährige Jubiläum und hat Weltruf erlangt, sozusagen als Produzent des Schweizer Kartenwerks, insbesondere der topografischen Karten, 1 zu 25.000. Seit ein paar Jahren sind wir aber auch immer mehr und mehr aktiv, dies im Rahmen der Umsetzung des Geoinformationsgesetzes, als Betreiber einer sogenannten Geodateninfrastruktur, die zum Ziel hat, die Geodaten des Bundes, der Öffentlichkeit, Wirtschaft und Wissenschaft einfacher und vor allem flächendeckend und komplett verfügbar zu machen. In dieser Rolle betreiben wir heute rund 100 virtuelle Maschinen in der Public Cloud und betreiben ca. 75 Mapping-Anwendungen für primär andere Bundesämter. Und in der Public Cloud sind wir bereits unterwegs seit 2009, können also auf eine mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Hier ein Beispiel dieser Zeitreise, jetzt nicht animiert, sondern nur als PowerPoint. Hier ein Beispiel die Siegfriedkarte von 1870. Hier die Reise fängt erst an 1938, weil wir damals die Integration erst ab dann sozusagen gemacht haben. Und ich möchte jetzt einfach kurz durchklicken, dass Sie sehen, wie sich dieser Flughafen so in zehn Jahresschritten entwickelt hat, um zu sehen, was da alles gegangen ist in der Zwischenzeit. Für diejenigen, die diese Animation nicht möchten, möchte ich noch ein wenig Werbung machen für das Geoportal des Bundes, wo Sie dieselben Datensätze ebenfalls einsehen können und mit einem sogenannten Swipe-Tool, also dieser rote Balken, zwei verschiedene Datensätze nebeneinander legen können und so detailliert vergleichen können, was geändert hat. Sie können dort mit dem roten Pfeil markieren, wie Sie zu dieser Funktion kommen. Also hier ein Beispiel, die Siegfriedkarte von 1879 im Vergleich zum aktuellen Swiss-Image. Jetzt aber zum Load-Testing. Was war unsere Motivation damals, eben anfangs Januar, ein solches Load-Testing durchzuführen? Das war natürlich primär sozusagen den Go-Live, einen erfolgreichen Go-Live sicherzustellen, das System korrekt zu dimensionieren und insbesondere auch sicherzustellen, dass während den Zugriffs-Peaks auch dann eine gute Performance dieser sehr datenhungrigen Anwendung gewährleistet ist. Des Weiteren ging es darum, dieses System besser kennenzulernen. Also wir hatten zwar bereits seit 2010 Erfahrungen im Betrieb dieser Architektur, aber trotzdem seit dem Go-Live des Geoportals im 2010 verschiedene Erweiterungen und Modifikationen gemacht. Und des Weiteren war natürlich nur schon die Verfügbarkeit solcher Load-Testing-Dienste als Cloud-Services, verlockend, das einfach mal auszuprobieren und wirklich den erwarteten Load auf das System zu senden, ohne einen riesigen Aufwand betreiben zu müssen. Wir hatten natürlich eben, wie gesagt, bereits einen erfolgreichen Go-Live hinter uns, wo wir wenig Load-Testing damals gemacht hatten. Und eben im August 2010 erfolgreich live gingen. Hier die Kennzahlen. Das war sozusagen eine Grundlage, die wir bereits hatten. Die natürlich sehr wertvoll war, jetzt die Lancierung der Swiss-Dopo-Zeitreihen, vorauszusagen, was da etwa kommen wird. Also wir hatten im 2010 mit einem Proxy-Server, der als Load-Balancer diente. Circa während des Peak-Loads etwa 400 Megabit an Karten, web-optimierten Karten, was circa 1300 HTTP-Requests pro Sekunde entsprach, durchbringen können. Für den Go-Live der Zeitreise haben wir circa mit einer Verfünffachung gerechnet. Dies vor allem aus dem Grund, weil so eine Zeitreise bedeutend mehr Daten konsumiert, als einfach nur das Viewing eines bestimmten Datenstandes, was eigentlich naheliegend ist. Und wir haben dann im Vorfeld eine Vervierfachung dieser Infrastruktur vorbereitet für die Load-Tests, die natürlich so wie immer in der Praxis ganz, ganz kurz vor dem Go-Live erst stattfinden konnten, weil das System erst etwa eine Woche vor dem Go-Live überhaupt bereit war. Das Setup hier, eigentlich relativ einfach sieht es aus. Auf der linken Seite, Load-Impact, wir haben ganz bewusst nach einem Service gesucht, der uns eben das Load-Testing als Software, als Service in der Cloud anbietet. Mit diesem haben wir dann auf den Elastic Load-Balancer, der als Entry-Point dieser Swiss-Dopo-Zeitreise diente, zugegriffen. Und dieser Load-Balancer hat dann auch vier X-Large-Warnisch-Server, die primär für das Caching zuständig sind, sozusagen ein Content-Delivery-Network. Dieser hat dann den Load auf diese Backhand-Server weitergeleitet. So natürlich speziell eigentlich aus Benutzersicht, aus IT-Projektleiter und Betreibersicht, ein System von lauter Blackboxen. Load-Impact eine Blackbox, der Load-Balancer zwar ein Service, aber trotzdem weitestgehend eine Blackbox und dann hinten dran die Server. Hier ein Print-Shot, Load-Impact. Also ich möchte hier nicht speziell jetzt Werbung machen. Das war sozusagen einfach aufgrund einer Google-Suche sind wir auf diesen Service gelangt und der hat uns vielversprechend geschehen. Und hier ein Print-Shot dieses Management-Interfaces für die Wahl von Load-Impact hat gesprochen, dass man oben sozusagen einen Public-URL hat, wo man auf einfache Art während des Tests mit externen Partnern und so weiter den Test live verfolgen kann. Unten sozusagen eine Karte mit den Load-Zonen, also mit den Locations, wo wir Load auf unsere Anwendung, die hier in Irland eben in einem Datencenter betrieben wird, geschickt haben. Wir haben uns entschieden von fünf Locations, Singapur, Dublin, Palo Alto, nach Ashburn und Sao Paulo laut auf diese Anwendung zu schicken, und zwar in der Grössenordnung von 500 concurrent Sessions, die allesamt eine solche Zeitreise vornehmen. Das Skript hat sozusagen mehr oder weniger nur Anfragen aus solche Map-Karten durchgeführt. Circa 1000 solche Anfragen haben wir pro Session, pro Load-Szenario hier in einem Skript vorbereitet und danach den Start, den Test gestartet. Hier eine Grafik, wie das in Load-Impact daherkommt, was wir gemessen haben. Ich habe hier jetzt den letzten Drittel des Tests gezeigt, weil das eigentlich eben bei der maximalen Load von 500 concurrent Usern etwa zeigt, was am besten zeigt, was wir messen wollten. In Rot, sehr auffällig hier, sieht man, dass die Bandbreite, die schlussendlich durch diesen Load-Balancer durch oder durch den Load-Balancer ausgeliefert wurde, einfach hochstabil auf 600 Megabit pro Sekunden plafoniert war. Die Ladezeiten in Blau, nebendran, sieht man, dass die linear angestiegen sind, was natürlich überhaupt nicht sozusagen dem Wunsch einem entspricht. Man hätte gerne eine steigende Bandbreite und eine möglichst konstante Ladezeit. Das andere natürlich, weil Requests und Bandbreite nahe zusammenhängen, dann auch die gelbe Linie oben. Wir sind bei zweieinhalbtausend Requests pro Sekunde immerhin das Doppelte, was wir beim Go-Live hatten, sind wir sozusagen plafoniert. Aber wir waren nicht happy mit dem, weil wir ja vierfache Kapazität gegenüber dem ursprünglichen Go-Live provisioniert hatten und nicht einmal das Doppelte an Throughput damit erreicht haben. Wir haben dann verschiedene Abklärungen gemacht und sind am Schluss beim Support von Amazon gelandet, der uns dann glücklicherweise sehr kompetent beraten hat und uns einen Vorschlag gemacht hat, mal ein sogenanntes Pre-Warming des ELBs, also dieses Load-Balancers, zu machen. Das ist ein Service, der nicht über die API, sondern nur über den Support möglich ist, wo sozusagen dieser ELB vorgewärmt auf eine bestimmte maximale Anzahl Requests vorbereitet wird. Insbesondere benötigt werde dies bei Gross-Events, wo zum Beispiel über eine TV-Ausstrahlung innert Sekunden oder weniger Minuten riesige Peaks entstehen, wo dann dieser Load-Balancer gar nicht mehr nachkommt, sozusagen hoch zu skalieren. Und wir haben natürlich mit unserer Medienkampagne mit sowas gerechnet. Und dann den Test nochmals durchgeführt und der ist dann wirklich wie Tag und Nacht verlaufen. Also man sieht hier, wir hatten circa gegenüber dem ursprünglichen Go-Life eine vierfache Bandbreite erreichen können, von 1,7 Gigabit pro Sekunde und circa 7.000 Requests auf diese Kartenkacheln pro Sekunde und eine Load-Time, die wirklich traumhaft stabil geblieben ist. Also von 300 bis 500 Cocurrent-Usern in etwa drei Sekunden nur gestiegen ist während dieser Vergrösserung der Load. Und somit waren wir eigentlich happy und schauten dann diesem Go-Life sozusagen cool entgegen. Hier einfach noch ein Beispiel. Ein paar Monate später, als wir DNS-Änderungen und schon wieder verschiedene Änderungen gemacht hatten, haben wir denselben Test nochmal laufen gelassen und dann folgendes Ergebnis hier. Wieder mit vier Instanzen erhalten. Nur 400 Megabit Throughput. Nur 2000 Requests. Also nur etwa ein Drittel, was wir vorher gemessen hatten und eine Load-Time, die auch wieder stieg. Was war hier geschehen? Lange, lange Support-Cases hin und her, hin und her. Wir haben hier eben Blackboxen und die Antwort, die wir nachher bekamen, also über das möchte ich jetzt, weil ich schon etwas überzogen habe, hinweggehen. Also wir haben zuerst erwartet, ja das sind vielleicht einfach so Performance-Variationen, die halt bei so Multitenant-Umgebungen vorkommen. Das wollte ich hier auf dieser Folie zeigen, aber nein, die Ursache war eine ganz andere. Wir haben von Load-Impact später erfahren, dass man den Load der Generatoren ebenfalls anzeigen kann, was ihr hier seht, an dieser Kurve in grün und hellblau. Wenn man die Load-Generatoren über die gesamte Welt im Schnitt anschaut, sieht man in hellblau, dass deren Last nur etwa 10-15% CPU ist. Aber wenn man den Load-Generator in Irland, das ist die grüne Kurve, ansieht, wo eben die Latenz am kleinsten ist und der natürlich auch mit massiv schnellere Antworten bekommt, dieser Load-Generator war mit über 60% CPU belastet und der hat den Bottleneck gebildet. Und wir haben dann herausgefunden, dass der einzige Unterschied war in der Menge der Load-Generatoren, die wir eingestellt hatten. Und damals im Januar hatten wir alles einfach in der Eile aufs Maximum gesetzt und somit diese Limitationen der Load-Generatoren selber nicht festgestellt. Ja, als Fazit, eben Load-Testing in der Cloud ist aufgrund dieser vielen Blackboxen wirklich eine Herausforderung und nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Also eben eine alte Vermesser-Weisheit sagt immer, eine Messung ist keine Messung oder noch garantierter, wer misst, misst, misst. Und das stimmt leider in vielen Fällen und deshalb sicher sehr wichtig, möglichst viele zusätzliche Metriken, auch solche, die man auf den Maschinen selber erhebt, nutzen, um Plausibilitätsprüfungen zu machen. Sehr positiv ist sicher, dass der Support von beiden Cloud-Providern, sowohl Amazon wie auch Load-Impact, jederzeit hervorragend war. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass wir offenere Clouds hätten, denn diese würden das Load-Testing sicher auch massiv vereinfachen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Christ, es war ganz spannend. Ich nehme an, es gibt Fragen. Ich hoffe, ein, zwei Fragen, dass wir die beantworten können. Das Mikrofon... Haben Sie sichergestellt, dass der Load-Impact nicht auf derselben Plattform lief wie Ihr, Ihr Service? Also eben bei, wie Sie sehen, aus diesen Grafiken haben wir auch relativ schnell herausgefunden, dass Load-Impact selber auf Amazon aufgesetzt ist. Also ein Software als Service, der primär auf Amazon läuft. Und das war auch der Grund, weshalb wir Limitationen festgestellt haben, die eigentlich sehr, sehr verwandt sind mit dem, was wir selber auf unserer Infrastruktur feststellten. Zum Beispiel, wir haben dann in den Support-Cases herausgefunden, dass Ihre Load-Generatoren M1 Large Instanzen sind, die natürlich dann auch einen Bottleneck von ungefähr 300 bis 400 Megabit haben. Aus diesem Grund hier waren wir gezwungen, eben diese Menge der Load-Generatoren wirklich sehr stark nach oben zu schrauben, damit wir wirklich unser System massen und nicht umgekehrt. Der Nachteil davon ist eben, dass die Kosten dieser Tests dann auch von der Menge der Load-Generatoren wieder abhängen, was natürlich die Tests dann verteuert. Ich habe das mit dem Pre-Warming der Load-Balance auch nicht ganz verstanden. Oder beziehungsweise habe ich das richtig verstanden, wenn man einen Hype hat, dann muss man zuerst beim Amazon-Support anrufen und denen sagen, wir haben jetzt einen Hype. Und dann wärmen die den Load-Balancer auf. So ist es, ja. Nein, es geht um die Frage, was ich über die verschiedenen Support-Cases gelernt habe, ist, diese Load-Balancer, die gehen von so einem sogenannten natürlichen Wachstum aus. Also sprich, in Zahlen heisst das, sie gehen davon aus, dass die Last im Vergleich zu den letzten fünf Minuten in den nächsten fünf Minuten nur maximal circa 50% steigt. Also wenn Sie jetzt wirklich einen Tagesschau-Beitrag haben, dieser Load-Balancer ist seit Tagen auf dem Minimum gelaufen und dann kommen auf einmal 100.000 Besucher drauf, dann wird er nicht nachkommen und es wird eben mit Wartezeiten zu rechnen sein. ... ... ... ...